So, weiter geht's hier mit dem wunderschönen Nedan, mit Elex. Wir sind das letzte mal hier vor dem Rosenrosa Haus stehen geblieben, da drin wohnt kein Bär, machen jetzt was blauer Haus, das ist nicht so schlimm. Wir wollten gucken, oh, Mana. Wir wollten gucken, ob wir den Hinweis finden für die Quest, die wir von Kaldrim haben, wo wir uns darum kümmern sollen, dass die Elex-Lieferung wieder eintreffen. Oh, vielleicht ein E.P. rum, nehmen wir mit. Aha, ein paar Krümel Elex, beziehungsweise Elexid. So, dann schauen wir mal. Das war hier so abpackt, dunkel. Oh, gute Gabel, gutes Messer. Dankeschön. Wenn wir hier runtergehen, dann kommen wir doch bestimmt zu dem Berserker gelöst. Ja, genau. Das heißt, wir wollen auch gar nicht runter. Gucken wir erstmal höher. Na, so hoch kommen wir nicht. Sehr schön, 20 Teoretten ist super. Hm, was haben wir denn noch so. Nix, gar nix. Ne, hier kommen wir hoch. Ich erinnere mich. Da war ich hier schon mal. Lass mich hier hoch. Ich komm hier nicht hoch. Was war das denn? Kurz auf der Stelle hochgeflogen, dann ging's. Kleiner blauer Stein, sehr schön. Brauchen wir später, um Sockel einzusetzen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was welcher Stein macht. Können wir das hier gerade nachgucken? Haben wir die hier irgendwo? Und das Edelsteine? Oh nein. Das sind Materialien, aber könnte bei sein. Ne. Sonstiges. Auch nicht. Sockel. Äh, Bonusgesundheit. Bonusresistenzen. Bonusgesundheit. Gefährten. Ich will die mit, ähm, EP. Uh, nicht runterfallen. Auch hier nicht. Da geht's hoch. Alter Brief. Hm, hm, hm. Gut. Das wäre fast wieder runtergegangen. Aber hier ist auch nichts. 50, 51, 251, 251, 252, Elixit. Sehr schön. Aber gibt's hier noch was Tolles? Nee, aber hier geht's jetzt mal weiter hoch. Oh, ne, war das nicht. Das ist zu Ende. Das, den hat den Wein getrunken. Ich hab' ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Mir fehlt einfach die Kraft. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 komm, komm, komm. Ah, kleiner Zettel. Ist zwar nicht das, was wir suchen, aber ich glaub' den kennen wir noch nicht. Ah, das könnte ... Ah, jetzt kriegen wir auch Erfahrung fürs Lesen. Das war vorher nämlich nicht. So, wir müssen aber weiter runter. Hm, hier auch noch nicht, aber hier können wir mal reingucken. Ein kurzer Brief. Mein Gott, wieso kriegen wir denn jetzt so viel? Äh, da. Und dann können wir gleich alle drei Punkte da reinhauen. Dann lohnt sich das diesmal. Oh, da ist denn nur Daisy. So, ist hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Gut, fliegen wir noch weiter runter. Hä, wie weit denn noch? Mich verarschen. Ach. Oh Gott. Draußen auf dem Balkon. Was ist hier los? Na, lauf nur, lauf! Was willst du denn? Ähm, da ist er. Tagebuch. Hm. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es dann eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dort hinbringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Was denn für eine Krypta? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wir sprechen erstmal wieder mit Kaldrum. Und die Quest sagt auch, dass wir schicken wollen. Also, alles gut. Ne, wir machen gar keinen Sound mehr. Haha, wir können rennen und leise. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, ich freue mich so, wenn wir endlich wieder klauen können. Und klauen macht man so gut Kohle in diesem Spiel. Aber Erfahrung ist trotzdem wichtiger. Wo ist er denn? Onkel Kaldrum. Oh, hier drinnen, echt? Hier ist es ultradunkel. Ich bin mal weg, Leute. Trinkt nicht zu viel. Ich habe Kralts Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten? Ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Okay. Auf jeden Fall interessante Quest, die wir vorher nicht gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen. Wo ist denn da zu welchen geht? Oh, das ist verdammt weit weg. Da können wir tierisch auf die Schnauze bekommen, bis wir da sind. Ich würde gerne lieber jetzt schon mal zum Outlaw-Lager gehen. Dass wir wirklich erst die ganzen einfachen Quests schon mal mitnehmen, wo wir ein paar EP bekommen. Wir müssten auch hoch nach Abessa. Wir haben so viel, wo wir hinmüssten. Wie kommen wir denn am besten? Da. Das heißt, wir könnten von unserem Alten... Ah, hier ist dieser große Troll, da kommen wir glaube ich nicht vorbei. Hm. Wir gehen erstmal vor und dann versuchen wir es einfach irgendwie. Okay. So. Nach Nordosten soll irgendein Weg sein. Das heißt, speichern und los geht's. Oh. Das ist der Weg, wo die Alpen sitzen. An denen kommen wir nicht vorbei. Da hat selbst der gute Duras keine Chance kriegen. Können wir da drüben lang? Da an der Flussseite? Ah, da müssten wir sogar lang. Das ist gut. Dann gehen wir nämlich hier lang. Da haben wir ein paar Critter im Weg. Was ich bis jetzt so gesehen habe und das war's. Ist hier noch was? Nicht wirklich. Nu. Bist du nur einer? Hm. Bist du nur einer? Komm schon. Gut. Das waren halt zwei. Da oben ist doch noch was. Aber was? Oh, ein bisschen Elixit für uns. Sehr schön. So. Da ist ein Hühnchen. Und ein Critter. Und wo ist der Weg? Das ist der Weg. Na gut. Oh, ich seh so nix. München. Kommst du zu uns? Nein. Hm. Wo ist der? Kommt der nicht? Trafen wir den? Bin mir nicht sicher. Wir gehen runter. Dann kann er zu uns kommen. Wir haben ihn getroffen. Wir haben ihn getroffen. Irgendwann mal. Mit einem von den drei Pfeilen. Oder ist noch einer? Oh. Wir sind ausgewachsen. Das ist kein Schwacher mehr. Da möchte uns jemand, also entweder prügeln die sich da gerade oder es möchte jemand zu uns kommen. Wo müssten wir lang? Wir müssen da hoch. Verdammte Scheiße. Speichern. Oh fuck. Der Hornwolf ist okay, aber ein Altersgex. Vielleicht kriegen wir den Tod. Oh nein. Nein. Das Vieh hat uns. Oh Gott. Tja. Vielleicht kriegen wir den so ein bisschen durch den Zaun abgefuckt. Ne. Jetzt kommt er. Oh Gott. Cool. 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 Oh. Er hat's wieder nicht gemacht. Oh. 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 Der Weg wird, beschwerlich. Da ist ja, ne. Vielleicht kriegen wir diesmal was ab. oder wir nutzen das und überleben einfach und laufen weiter die beiden sind miteinander beschäftigt ich glaube nicht dass wir hier sein sollten auf die karte gebucht wenn wir jetzt hier rüber gehen dann nützt uns das gar nicht wir müssen irgendwie dahinten lang 5000 von unseren feinden sollten das war für sie möchte laufen auf heute sportlichen ganz sportlichen oh gott da unten ist auch schon wieder viel und irgendwas mit bestimmt laufen einfach weiter nein ich möchte keine warte ziehen hierüber ja nein vielleicht nein wir werden immer noch verfolgt das ist die brücke endlich wieder in unserem bereich ich glaube wir versuchen gar nicht da hinten lang zu laufen so wir sind hier speichern erst mal da ist und da ist ja bitte einfach fuck fuck totenkopf oh no ich glaube wir sollten nicht hier sein ich glaube hier auch unter Wir könnten versuchen, da auch durchzulaufen. Ich glaube, die versuchen jetzt einfach nur ausmachen zu laufen. Das heißt, wir könnten jetzt an denen vorbeilaufen. Wenn wir schnell genug sind. Oh, das sieht nicht so aus. Da steckt die Waffe weg, vielleicht sind wir schneller. Es gibt kein Spiel, in dem man ohne Waffe nicht schneller ist. Komm schon, lass uns einfach. Ach, du willst uns gar nicht. Geh noch weg. Rettende Sequenz. Der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. So sieht man sich wieder. Du bist es. Der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Flashback. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Ray zurücklaufen können. Zurück, mehr oder weniger. Zum Vor. Fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Äh, hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Äh, ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern. Ehrlich, wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Äh, wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Jetzt erzähl mir erst mal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hoch dekorierter Alpkommander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem dein Instinkt nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche. Aber von den Eigenheiten und Tics der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nahhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay. Und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor-die-Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja. Mein Name ist übrigens Ray. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja. Aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ach, ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Hey, man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber... Irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vor dem Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Wie jetzt? Ich muss da alleine hin? Das ist nicht cool. Aber egal. Gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!